gerade so Profit machen wir noch einen und dann gucken wir mal rüber ok wir haben können wir später gerne auch noch machen Rob, sehr gerne aber erstmal gucken wir uns jetzt hier den Bonus an der hat enormes Potential wir brauchen 2 Stück in 6 Spins nevermind, wir brauchen 1 ähm, hallo ähm, hallo wo bleiben die Skatter oh no way, Digga gib uns 1 Skatter 1 Skatter 1 Skatter gib den dir letzter Spin aber 1000x 7th und Bells, Digga oh shit das ist schon der zweite 1000x heute Isa, du bist ehrlich ne Legende aber was war das bitte für ein Setup der hätte auch Maxwin zahlen können 4 Skatter 4 Skatter heißt man ist einfach nur ein Voraushalten ja ein Diamant schonmal voraus oh jetzt auf 1,50 hat er Bock 3 Spins extra ja jetzt, ok nice komm ja, oh oh, jo der kann ich hab hier noch nie ein Stück nochmal 5 Spins noch 6 oh, der oh Digga 3 Spins noch was der kann so abgehen jetzt was warte oh mein Gott Junge, der kann so einschlagen jetzt der zahlt jetzt schon wenig das Sensation es ist jeder Spin Sensation Juge, was was Melone guck dir den an, alter guck dir den an auf 1,50 Junge, das ist hell aber das ist genau das doch Junge, was ist das nein, nach vorne, Digga das ist doch tief an, weil ich das weit vorne bin guck dir das an für den 1,50 ja, ja, ja oh Digga, ja aber es ist ein Anlag, wie das keine Skatter ist wenn voll wäre, dann das ist einfach frisch wie ein Pet Rabbit I guess Junge, du hast noch zwei einen Skatter aber er ist krank 1,000x Junge heftig oh, die Glocken nochmal die Zahlen die Glocken Glocken topst du mir, oder? Junge, ich wusste es in dem Drückstehen let's go alter, wie heftig jetzt bin ich halt schon heidisch, alter das Gamebock behindert warte, wie sind das 1.800 95 geteilt durch 1.50 1.263x das ist das nächste Highlight Junge, wie geil 1.50 Ostern 1.5 3.5 2.5 3.5 2.5 5 6 5